Manche Leute und andere haben viel Geld, manche nicht. Wenn manche nicht so viel reich sind, dann sind die arm. Reich und arm. Man kann das Geld, also wenn man Geld aufpassen möchte, kann man das zum Bank bringen. Und der Bank kann dem Geld aufpassen für keine Diebe. Also, ein Mensch hatte kein Geld und ist arm. Wenn manche Leute arm sind, haben die kein Essen, kein Trinken und gar keine Dinge. Dann sind die Menschen ein Orthoklos. Ihr wisst, was Orthoklos ist, oder? Eigentlich, manche Menschen leben einfach Orthoklos unter die Straße. Das habe ich 100% gesehen. Aber es geht darum, um die Geld. Man muss so viel Geld haben, sonst, ihr wolltet doch nicht Orthokloser sein, oder? Aber ihr habt doch viel Geld, oder? Ihr könnt so viel arbeiten in vielen Geschäftshäusern. Zum Beispiel, ihr könnt in der Bank arbeiten, im Geschäft oder zum Beispiel im Fink. Kennt ihr das Fink-Wort? Da arbeitet mein Vater drin. Also Leute, schreibt es da unten in die Kommentare. Und ich wünsche euch vielen Glück. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, für keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und auf cartoonfilmetanus.de Und ich wünsche euch die Glocke, für keine Videos mehr zu verpassen.